Freunde, Captain Lahluli morgen aus dem Van und ich muss, so eigentlich scheiße ich auf euch alle, aber ich muss euch eine Sache sagen, weil mit bestimmten Kahawis auch kleine Kinder sind und die Welt nicht nur bedeutet, dass du ein kleiner Gandon von jemandem bist und für immer irgendwas im Kopf haben wirst und du Steps weitermachen musst, müssen wir auch Steps weiter und ihr, vor allem ihr, ihr müsst meinen Yarak aus hier rauslassen jetzt, weil sehr viele Menschen auf dieser ganzen Erde wollen was sehr Schlimmes tun und ich habe ein Gefühl, dass das sehr ekelhaft, was passieren kann, nicht von mir, nicht von euch, einfach behinderten Menschen im Internet und mit euch sind trotzdem meine Kinder und jeden Landsmann, jede Gruppierung, jeden, der denkt, dass er Eier hat und mir danach sagen möchte, ey, ich habe ihnen das und das getan, jetzt musst du mit uns arbeiten und uns 50% geben, möchte ich hiermit warnen, ich brauche niemanden von euch, ich brauche eure Hilfe nicht, ich habe nichts für euch und nichts gegen euch, ich werde 24-7 von der Polizei beobachtet und von egal welcher Gruppierung du bist, wenn du mehr als halbe Stunde mit mir chillst, wirst du verhaftet, genau wie ich und deswegen solltest du aufpassen, Kollege und deine ganzen Rachepläne, wir sind diese Nationalität und diese und wir werden jetzt Blut, Bruder seid ihr aus 19. Jahrhundert, lasst diese Prostituierten Scharmutas machen, was sie wollen, das sind nicht eure Frauen, das sind nicht eure Kinder und nicht meine. Deswegen machen alle unser Ding, Digga, wie sich das alles weiterentwickeln wird, werden wir sehen, aber ich brauche das nicht zu sehen, ich habe einen Van und möchte in diesem Van jetzt eine Chaya abholen, versteht ihr? Nicht, weil ich jemanden fraurig machen will oder so, ich habe Druck seiner Mutter. Ha!